Hier haben wir es doch noch gefunden, Sabay Di, Kaffee und Bistro, nicht lange dauert, aber was lange dauert, hehehe. Open Daily, Sabay Di, Kaffee und Bistro. Geh mal rein, ja. Vielleicht ob man da vorne beim See sitzen kann. Frag mal, geh mal rein und frag mal. Das sieht lustig aus, oder? Das ist eine ganze Anlage zu ziehen. Da kann man Böte mieten. Ja, da ist sogar noch ein Pool. Hier ist unser Pool. Upsa. No people. Aber herzlich gemacht. No people. No people. Jaa. Und Ritzel und neues Brot. Frisches Brot. Jaa. Jaa. Die feinen Sachen, die es da alles hat. Die feinen Küche. Jaa, Mann. Und Drink. Cappuccino. Und Latte. Und Latte. Latte. Und hier die Kreuzung. 3 2 19. 2 0 52. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, wo es durchgeht. Aber das macht nichts. Und da haben wir ja Google Maps. Und in die Foreste ist hier Moncol oder Moncon. Fuzzle. Man sieht es zwar nicht so gut, aber da werden die Felder verbrennt. Wir sind mitten im Urwald, auf einer wunderschönen Strasse. Die muss ich dann nachdokumentieren. Wenn wir dann nachher gefahren sind, wird da Brände brennen. So liebe Leute, wir sind da wirklich völlig in den Pampas draussen. Die Strassenverhältnisse sind sehr gut. Schauen wir mal die Landschaft an. Nur Natur. 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 Und da bauen wir jetzt eine Jasmin Farm. Ich hasse meine Sachen. Ja, die ist sicher da unten. Ja, ja. Das muss da unten sein. Also wenn man nicht da wirklich in die Pampas draussen fahren würde, dann... Nein, das hört schon eh. Und... Puh. Ja, mal das ist auch wie... Das ist eine zweifelige Frau. Das ist eine zweifelige Frau. Das ist doch auch herzig. Hm... Das muss man da bis nach Hause nehmen. Ja, es bringt nichts, bis wir zu Hause sind. Das wegelt dort. Dort. Über sieben Brücken musst du gehen. So sieht das aus. Der Hund. Das ist eigentlich eh schöne Gegend. Wunderschön. Da ist ein Hund. Und wer ist das Hund? Da geht es auch weh. Und wenn es da regnet, kannst du Tschüss sagen. Und da drüber fahren. Ah, das sieht aus. Ja, das wird gebaut. Ah, das ist anders. So wird gebaut. Ah, ah. 16 in 12. Sieht es nicht so aus, wenn wir auf einem schönen Platz wären. Jetzt müsst ihr aber genau schauen. Padam. Da hat einer ein Feuerchen gemacht. Jawohl. Und wahrscheinlich wird irgendjemand hier etwas bauen. Was meinst du? Ja. Ich hoffe, dass sie es nicht einfach nur so sinnlos platzgeweizt haben. Das ist natürlich ein wunderbarer Blick. In das weite Land. Da vorne unten. Jetzt kommt es. Ist eine Monsoonwelle. Das ist eine rechte Anlage. Ja, es wird spannend sein, zu schauen, was passiert im Reor. Ja, es wird spannend sein, was passiert im Reor.